Wie schafft man es, den Bauch dauerhaft loszuwerden, damit die Hemden wieder ordentlich passen? In diesem Video werde ich dir zwei Dinge mitgeben, die wirklich dauerhaft helfen. Welche das sind und wie du die anwendest, das erfährst du noch im Intro. Das größte Problem bei den meisten Leuten ist ja der Bauch. Klar hat man sonst auch ein bisschen zu viel, aber wenn man eine Sache wegmachen könnte, dann wäre es wahrscheinlich der Bauch. Weil dadurch passen die Klamotten nicht ordentlich und es sieht auch einfach nicht gut aus. Jetzt ist es so, dass der Bauch eine Besonderheit hat zum Rest vom Körper. Und zwar gibt es am Bauch zwei Arten von Fett. Es gibt das subkutane Fett, das ist das, was du anfassen kannst, das ist so die Schwarte. Das Fett hast du aber am ganzen Körper. Das gibt es am Hals, das gibt es im Gesicht, das gibt es an der Brust. Das ist alles subkutanes Fett, was du angreifen kannst. Jetzt ist es aber so, dass es am Bauch noch eine zweite Fettart gibt. Das ist das viszerale Fett. Hast du vielleicht schon mal gehört. Viszerales Fett ist im Bauch, Innenraum, um die Organe und drückt quasi von innen die Bauchdecke nach außen. Wenn man sehr, sehr viel viszerales Fett hat, dann sieht das Ganze aus wie ein Bierbauch. Das heißt, es ist einfach, da ist ja nicht so eine Schwarte, die du anfassen kannst, sondern der ist hart. Dann drückt es von innen nach außen. Es ist wie wenn du so einen Fußball verschluckt hättest. Jetzt, wenn wir es hinbekommen wollen, dass die Hemden wieder ordentlich passen, dann sollten wir beide Dinge angreifen. Das heißt, unser Ziel wäre, dass wir sowohl das viszerale Fett loswerden, als auch das subkutane, kurz vorhin zum viszeralen Fett, das ist gesundheitlich deutlich gefährlicher übrigens. Das heißt, auch Leute, die gar nicht so dick sind, die aber einen Bauch haben, die sind teilweise gesundheitlich sogar schlechter gestellt wie die, die zwar dicker aussehen, aber eher fluffiger um den Bauchraum sind. Denn dieses viszerale Fett, das ist für Entzündungen, für die ganzen Herz-Kreislauf-Geschichten, Schlaganfall, Herzinfarkt, das ist das, was die ganzen Entzündungen bringt. Deswegen unser Ziel, beides wegbekommen, weil dann ist der Bauch schön flach, dann passen die Hemden wieder, dann schlacht der Zieh ein bisschen und dann sieht es auch ordentlich aus. Wie machen wir jetzt das? Erstmal subkutanes Fett, das, was wir außen haben, das werden wir los wie jedes andere Fett am Körper. Dafür müssen wir einfach schauen, dass wir Kalorien einsparen. Das hast du vielleicht schon mal gehört, dein Körper hat ja einen gewissen Kalorienverbrauch. Wenn du mehr futterst, dann nimmt er diesen Überschuss und packt ihn für schlechte Zeiten weg. Das ist wie eine Vorratskammer hier. Da packt er Reserven hin, dass wenn mal eine Hungersnot kommt, wenn mal eine Eiszeit ist, wo du lange nichts zu essen hättest, dann kann der Körper hiervon, von diesem Fett am Körper, davon kann er zehren. Das ist so wie so eine Überlebens-, wie so eine Lebensversicherung für den Körper. Umso mehr Fett, umso besser eigentlich aus evolutionärer Sicht, weil du hast eine volle Vorratskammer. Jetzt heutzutage brauchen wir das allerdings nicht mehr wirklich, deswegen können wir die auch wegpacken. Wie wir das machen ist, Körper hat einen gewissen Verbrauch, du isst weniger, das heißt der Körper muss diese Differenz irgendwie ausgleichen. Wie macht er das? Er muss Fett zur Energiegewinnung hernehmen. Das nimmt er halt von überall. Das geht deinen Armen weg, das geht den Oberarm weg, das geht dem Gesicht weg, das geht am Hals weg, das Doppelkinn. Dann nimmt er überall Fett her, um diese Lücke zu schließen. Und für viele, diese ganzen Diäten, die du auch kennst, die bauen alle nur auf dem auf. Wenn du Kohlenhydrate verzichtest, dann nimmst du nicht ab, weil du auf Kohlenhydrate verzichtest, sondern weil du Kalorien einsparst. Das ist Wissenschaft, das ist wie wenn ich jetzt diese Tasse in der Hand habe und sie fallen lasse. Dann wird die auf dem Tisch aufschlagen, dann ist die nicht plötzlich an der Decke. Genauso simpel ist es in erster Instanz, was Abnehmen angeht. Was es jetzt komplex macht, das Abnehmen, ist, wie schaffe ich es auf Dauer Kalorien einzusparen? Weil du hast jetzt wahrscheinlich auch ein paar Ideen im Kopf, so, ja okay, ich könnte auf Kohlenhydrate verzichten, ich könnte weniger essen, ich könnte mich mehr bewegen. Aber die Schwierigkeit da ist immer, wie schaffe ich das dauerhaft? Weil sobald du einen großen Aufwand hast, sobald du einen starken Verzicht hast, dann ist das nichts, was du dauerhaft machen wirst. Und wir müssen eine Lösung entwickeln, wo du sagst, hey, ich bin satt, das Essen schmeckt mir, ich kann trotzdem ab und zu sündigen, ich habe nicht einen riesen Aufwand und bin aber trotzdem in diesem Kaloriendefizit. Weil dann ist es so, dass es eigentlich keinen Grund gibt, irgendwann damit aufzuhören. Weil wenn es dir schmeckt, wenn du satt bist, wenn du checkst, wie das Ganze funktioniert, dann ist es so, ja, warum? Weil ich fühle mich immer besser, ich sehe immer besser aus und ich habe leckeres Essen, ist ja ja geil. Das zum subkutanen Fett. Wie ist der alles Fett? Das ist mehr so eine Gesundheitskomponente. Das heißt, auch wenn du quasi im Defizit bist und das Fett hier verbrennst, bedeutet das nicht gleich, dass du auch dieses viszerale Fett verbrennst. Denn das wirst du nur los, wenn du dich gesünder, weil du gesünder lebst eigentlich auf gut Deutsch gesagt, das heißt, wenn du gesündere Lebensmittel isst, wenn du schaust, dass du zum Beispiel auch mehr Wasser trinkst, wenn du dich ein bisschen bewegst, wenn der Schlaf besser ist, wenn du genug schläfst, wenn man weniger Alkohol zum Beispiel konsumiert, du musst nicht alles von den Dingen mahnen. Jedes kleine Ding, was du optimierst, bringt schon mal was. Das heißt zum Beispiel, wenn du gesündere Lebensmittel zu dir nimmst, dann bringt das schon ein bisschen viszerales Fett weg. Wenn du dich ein bisschen bewegst, bringt es nochmal ein bisschen weg. Wenn der Schlaf besser wird und du nicht mehr so oft aufwachst, wenn du vielleicht eine halbe Stunde länger pennst, dann bringt das auch nochmal alles ein bisschen was. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Und wenn wir das Ganze jetzt auf einen Haufen schmeißen, dann ist es so, dass ich dir am Anfang schon mitgegeben habe, das Beste, was dir passieren kann, ist, irgendwie eine gesunde Ernährung zu finden, die einem schmeckt, der einen satt macht. Und wenn du dabei gerne eine Unterstützung hättest, weil wir machen das seit über sieben Jahren mit über 500 Leuten mittlerweile und haben fast auf täglicher Basis Erfolgserlebnisse, das kannst du mal auf Instagram anschauen oder liest die Bewertungen zu uns durch. Wenn du da gerne Hilfe hättest, trag dich mal über den Link unterhalb von diesem Video für eine kostenlose Beratung ein, dann freue ich mich, dir da weiterzuhelfen. Ansonsten, wenn dir das Video geholfen hat, gerne einen Daumen hoch und einen superschönen Tag. Dein Simon, tschüss, ciao.